habt ihr schon mal ein paniertes schnitzel auf der wiese rennen sehen jetzt fragt ihr euch wirklich alter jetzt räder komplett ich was ist denn das schon wieder ja ist eine gute frage und zwar kann ich aber relativ einfach erklären es ging bei einem gespräch vor kürze mit einem neuen vip coach ging es darum zu erklären was ist denn eigentlich eine artgerechte ernährung was verstehen wir unter einer artgerechten ernährung spannende frage und ich habe ihm dann sozusagen ein beispiel geliefert dass ich es gut visualisieren lässt also das erste beispiel war hast du schon mal ein paniertes schnitzel auf der wiese rennen sehen wie bitte ganz einfach auf der wiese findest du ein rind ein schaf ein schwein ein huhn und ja das ist pures pure natur da ist kein paniermehl dran und genau das ist das was auf unserem teller landen sollte und nicht ein paniertes schnitzel oder hast du schon mal einen schokoladen apfel am baum gesehen dass der auf dem baum wächst also schon mal ein reis gesehen der aus der erde kommt da mit schokolade ummantelt ist und das hatte ich damit gemeint das thema artgerechte ernährung denn viele oder wir tun uns oder viele tun sich immer extrem schwer wenn es um das thema geht was ist denn überhaupt artgerecht artgerecht du sagst immer artgerechteres was meinst du damit ist doch für tiere gedacht dass die sich artgerecht okay ich glaube jetzt ist auch bei dir so ein ganz groß lichter ausgerannt ja stimmt die tiere sollen artgerecht gehalten werden das ist wichtig und wir menschen sollten wir uns auch artgerecht verhalten und uns artgerecht artgerecht ernähren ja auch das ist richtig genau darum ging es so und bevor ich jetzt noch ein bisschen mehr in die tiefe gehe habe ich noch eine information für euch denn diese frage taucht in letzter zeit immer wieder auf andreas performance coach was bitte ist jetzt der unterschied zwischen einem performance coach und einem personal trainer weil ich lese nur noch von dir performance coach und lese von dir auch ganz viele dinge wie zum beispiel mental training motivation mindset glaubenssätze persönlichkeitsentwicklung wie man besser schläft wie man stress abbaut wie bitte was hörst und trainer heißt doch dass du die ernährung und die bewegung betreust dass du mir von morgens bis abends hinterher läufst und mich zum thema training informiert und zum thema ernährung ja das ist eine spitzen frage in der tat hat sich da seit 2014 einiges geändert zwischenzeitlich ist eben der hauptfokus nicht mehr nur auf der ernährung nicht mehr auf der bewegung sondern es sind insgesamt vier elemente das ist immer noch die gesunde ernährung die gesunde bewegung der gesunde schlaf und natürlich ein gesundes stress management das ist die arbeit eines performance coaches inklusiv dass der performance coach sozusagen im hintergrund arbeitet beziehungsweise am hintergrund arbeit das bedeutet er macht den vorhang auf und schaut sich erst mal an warum kam es zu übergewicht warum kam es dann zur ja zur ernährung zum ernährungsverhalten das nicht gesund ist wohl wissentlich nicht gesund ist und trotzdem wird es praktiziert warum kam es zum bewegungsmangel warum kam es zum schlechten schlaf wie ist es alles entstanden was sind die warum es dafür was sind die auslöser die ursachen das ist an die arbeit die erst mal im vordergrund steht herauszufinden was waren die auslöser und erst wenn die auslöser gefunden sind und die auslöser sozusagen im fokus stehen wir wissen was los ist die ursache gefunden hat die ursache des übels dann wird an den ursachen gearbeitet die ursachen stück für stück beseitigt und parallel dazu werden die neuen verhaltensweisen erlernt in form von gesunde ernährung regelmäßig bewegung gesunde bewegung und natürlich auch noch mal das thema gesundes stress management und natürlich der gesunde schlaf so macht das sinn alles andere macht keinen sinn das ist eben das was ich erfahren habe in den vorjahren 2014 dass es viele menschen gibt die möchten was anfangen fangen das auch an aber verlieren relativ schnell die motivation und somit ist die frage warum und somit entstand natürlich auch die frage warum ist das alles so und wenn natürlich die ursachen nicht gefunden wurden die ursachen fürs fehlverhalten fürs übergewicht für die fehlende bewegung für schlechten schlaf nicht gefunden wurden dann macht auch ein drehungsband ernährungsband relativ wenig sinn denn dann ist nur eine frage bis es nicht mehr funktioniert bis die menschen demotiviert sind es nicht mehr umsetzen weil sie wieder in die alten verhaltensmuster zurückverfallen gut das wäre das und das andere ist natürlich für euch alle wenn ihr sagt ja ich will andreas unbedingt mit ihr zusammenarbeiten dann muss ich auch dazu sagen es gibt keine garantie dass wir zusammenpassen es gibt keine garantie dass wir gemeinsam ein projekt machen können das steht im vorfeld so nie fest denn dafür sollte immer bitte sollte nicht und es wird erst mal der bedarf ermittelt dein bedarf ermittelt was hast du für wünsche was brauchst du für informationen was ist für dich wichtig wie gehen wir bei dir strategisch vor was sind deine herausforderung was sind deine pain points und erst wenn das alles geklärt ist und wir ein match haben das bedeutet dass wir zusammenpassen dass seine wünsche die du hast mit dem zusammenpassen was ich beziehungsweise wir liefern können erst dann ist die basis gegeben zusammenzuarbeiten und erst dann folgt das nächste gespräch denn das erstgespräch findet nie mit mir statt das ist immer ein mitarbeiter von mir und danach geht es dann weiter wenn wir ein match haben wenn deine wünsche deine vorstellung zu dem passen was wir liefern können was ich liefern kann dann hast du dein erstes unverbindliches strategie gespräch mit mir 60 bis 90 minuten entweder online im vier augen gespräch oder natürlich auch hier direkt bei mir fort so das ist das was ich mitgeben wollte dass von vornherein diese fragen geklärt sind wir gehen weiter und gehe noch mal in das thema artgerechte ernährung rein das was ich gesagt habe es wachsen eben keine schokoladen trauben am baum es war kein schokoladen apfel am baum es läuft draußen kein paniertes schnitzel auf der wiese und kein fischstäbchen schwimmt im wasser und das ist so dieses artgerecht was ist artgerecht jetzt kommt die frage andreas ja aber warum sollte ich mich denn überhaupt artgerecht ernähren deshalb was habe ich für einen grund dafür ja der grund ist ganz einfach wenn wir uns nicht artgerecht verhalten uns nicht artgerecht ernähren noch artgerecht bewegen ist es nur eine frage wann haben wir ein gesundheitliches problem morgen übermorgen in drei wochen in sechs wochen halben jahren in fünf jahren in zehn jahren es wird kommen garantiert eine nicht artgerechtes verhalten führt ja zu toxischer basis das heißt wenn wir natürlich ständig nährstoffe zuführen transfettsäuren konservierungsstoffe stabilisatoren geschmacksverstärker als alles dinge die natur so nicht am baum wachsen weder aus der erde kommen mit einer wurzel nach oben beziehungsweise der wurzel hängen nach oben den kopf raus streckt und nach sonne schreiend noch am baum entsteht noch natürlich sich auf der wiese bewegt noch natürlich sich im wasser bewegt wenn wir das nicht berücksichtigen dann lagern wir beziehungsweise führen wir immer stoffe zu die dem körper nicht gut tun die eine gewisse grundverseuchung toxität entstehen lässt die giftstoffe im fettlager in den fettgeweben eingelagert die leber wird kontaminiert die leber hat dann giftstoffe abgelagert das immunsystem muss dagegen arbeiten gegen die freisetzung dieser giftstoffe dann lagern sich eben auch noch schwermetalle ein giftstoffe im ganzen körper in der leber in den fettbereichen zum teil auch im darm rückstände so dann haben wir problem das immunsystem das immunsystem ist ausgelegt für natürliche bakterien viren die so draußen rum fleuchen und kreuchen aber eben nicht gegen fremdstoffe die der körper die dem körper freiwillig zugeführt werden die der mensch auf künstlicher basis erfunden hat ja das ist es das ist die herausforderung artgerecht sich zu ernähren heißt so weit es uns möglich ist auf dinge die natur so nicht vorkommt zu verzichten und ja das ist eine herausforderung wo die meisten sagen will ich nicht habe ich keine lust ja dann darf ich aber auch nicht wünschen dass ich gesund bin darf ich nicht wünschen dass ich leistungsfähig bin dann darf ich auch nicht wünschen dass es mir gut geht dann sollte ich auch akzeptieren dass ein teil meiner leistung flöten geht dann sollte ich akzeptieren dass ich öfters krank bin dann sollte ich akzeptieren dass ich früher alt werden soll ich akzeptieren dass ich eben nicht leistungsfähig bin dass meine performance sinkt ja bedienungslose akzeptanz der momentanen situation weil wir wissen dass was falsch gemacht haben so einfach ist das und wenn du aber sagst nein darauf habe ich keinen bock das will ich nicht dann hast du eine klare handlungsanweisung was du tun kannst lass die finger weg und nicht artgerechte ernährung lass die finger weg von sachen wo auf dem beipackzettel auf der verpackung namen draufstehen die du nicht kennst ja das ist recht einfach also noch mal artgerechte ernährung was ist das überhaupt das sind alles dinge die natur so vorkommen oder mensch so wenig möglich daran verändert hat und so wenig möglich stoffe dran sind in der natur nicht vorkommen that's all mehr ist es nicht wenn du jetzt einkaufen gehst dann wirst du feststellen wenn du im laden mal die augen aufmachst und so die ganzen regale durch gehst dann wirst du feststellen dass in diesem supermarkt einkaufsmarkt biomarkt was auch immer circa 20 prozent bis 25 prozent der dinge die da sind ja noch weitestgehend gesund sind und die restlichen 75 prozent erstens mal nicht gesund sind und zweitens der körper gar nicht braucht das sind alles dinge die wir zum überleben nicht brauchen trotzdem gibt es die und trotzdem wird mit den sachen am meisten geld verdient und es wird mit den sachen auch meisten krankheit produziert ja und wir stopfen das auch noch freiwillig zwischen die zähne also hört mir jetzt bitte auf zu sagen ihr wisst das nicht hört jetzt bitte auf zu sagen naja ich habe noch nie gehört dass konservierungsstoffe stabilisatoren farbstoffe synthetische stoffe dass die gut sind und gesund sind ihr wisst es ganz genau trotzdem machen wir es es ist ein spannendes thema es ist ein heikles thema ich weiß dass es ist auch für euch natürlich nicht immer einfach zu sagen okay das muss ich erleben wie mönch ich darf ja nichts mehr essen keine konservierungsstoffe mehr keine farbstoffe mehr kein cola kein fanta keine nutella mehr nichts mehr na ganz so ist es nicht wir können natürlich schon auch uns ein paar sachen gönnen die jetzt nicht gerade unter maximalen verdacht sind dass sie gesund sind wir können aber auch viele dinge eliminieren viele dinge verzichten die uns nicht gut tun denn wie wichtig bist du dir eigentlich wie wichtig ist dir eigentlich deine gesundheit wie wichtig bist du dir selber was bist du dir denn überhaupt wert hast du schon mal gedanken darüber gemacht und wenn du diese wertfrage geklärt hast da kann ich mir gut vorstellen dass du sagst okay 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 auf so eine oder andere sachen kann ich echt verzichten die brauche ich definitiv nicht mehr nein die schädigen mir nur die tun mir nicht gut also lass dich weg da bin ich mir zu 100 prozent sicher so jetzt darfst du dir natürlich gedanken machen über das was ich hier erzählt habe mal gucken inwieweit du diese kritik die ich auch hatte an uns an uns menschen weil du die akzeptieren kannst inwieweit du sagen kannst ja geht in ordnung ich weiß was recht könnte ich ändern soll ich ändern mache ich auch oder mache ich nicht das ist deine entscheidung wenn du jetzt aber sagst andreas pass auf ja du hast zu 100 prozent recht aber pass auf ich habe keine lust mich selbst um zu kümmern ich brauche einen coach der mich führt und coach der mir sagt wo es lang geht und coach der mich unterstützten coach der mich motiviert und coach der hinter meinen vorhang schaut der die ganzen alten glaubenssätze die ganzen alten verhaltensmuster durch neu ersetzt mir hilft dabei mich in der hand nimmt mich führt dann geh einfach mal in die bemerkung und da findest du www.andreas-drienbacher.com oder gehst du rein und ja klickst an und hast du einen wunschtermin dann hast du den ersten wunschtermin mit einem meiner mitarbeiter der kümmert sich um dich der hört sich alles ganz genau an der guckt nach deinen pain points wo tut es dir weh wo muss man dir helfen was brauchst du hilfe und wenn es dann passt wie ein match haben dann mein lieber treffen wir uns sehen wir uns und zwar in kürze im vier augen gespräch oder online vier augen ist egal video call das liegt an dir das überlasse ich dir so wenn du hilfe brauchst wenn du weißt es wird zeit dann würde ich dir mal vorschlagen auf was wartest du eigentlich noch hast du überhaupt einen grund zu warten hast du nicht du hast ganz klaren bedarf also bitte lass dir helfen so mein lieber meine liebe das war's heute von adreas rienbacher deinem performance coach der auf vier ebenen arbeiten der darauf achtet dass du erfolg hast auf der ganzen ebene auf diesen vier ebenen dass du maximal energie bekommst dass du gesund alt wirst dass du extrem viel energie hast viel lebensfreude hast motivation hast guten mindset nur die besten glaubenssätze die guten glaubenssätze die kriegst du von mir so dankeschön bis bald